Dann lassen wir den Verlierern den Vortritt, also Alex und Kalle. Da ist SpyBuy, wo ist denn Weiß? Yo, herzlich willkommen Leute bei einer neuen Runde Lucky Blocks Duell und diesmal spielen wir 2 gegen 2. Der Kalle ist dabei, der Weißweiß ist dabei und der SpyBuy. Au, nett GameMode. Okay, und ja genau, ich hab noch GameMode, um da gleich rüber zu fliegen. Und ja, wir haben gesagt, wir gehen jetzt zu unseren Punkten. Und dann werden wir uns in den Channel aufteilen und das heißt, dann machen wir einfach 3, 2, 1, go und so. Ja, viel Glück euch. Und vergesst nicht Spawnpoint zu setzen. Jawohl, dann sind wir alleine. Dann ganz kurz auch mal ein HeyHeyHalliAleute an meine Zuschauer. Wir spielen mal wieder Lucky Blocks und diesmal 2 vs. 2, wie ihr gehört habt. Ich hab ein Ei bekommen, geil. Ich hab Rüstung. Ey Digga, wir zerlegen. Ah, ah, Alter, ich bin wegen dir auch gestorben, du Drecksau. Alter. Scheiße. Okay, ich hab 3 Dia schonmal. Ich hab ne Kiste, die packe ich jetzt mal ganz in den Schacht rein. Oh, ich hab 8 Dia. Ein paar Sachen lagern kannst. Brauch ich nicht. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Ah, brauch ich nicht. Was geht jetzt ab? Da kam gar nichts. Ah, doch. Oh mein Gott. Ah, Pferde. Enderperlen. Noch ein Lucky. Da muss dann auch teilen. Oh mein Gott. Ich krieg nur Scheiß, Mann. Oh, und Bruderbogen. Wenn man vom Teufel spricht. Oh je, ich hab Eisenrüstung. Das ist schonmal gut. Huh? Ah, guck mal hier. Hast du weiß gesehen? Hast du weiß gesehen? Hahaha. Oh, schon wieder ein Ei. Nein! Nein, 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 nein. Oh, ich hab ja Dia Hose. Hab ich hier eingesammelt? Hoffentlich hab ich hier eingesammelt. Eh net. Nein, hab ich auch nicht. Oh, oh. Nein! Verdammt. Aber, oh, oh. Da zwei Lucky Blocks stehen da noch. Geil. Oh mein Gott, ficken Und nochmal TNT, wollt ihr mich verarschen? Alter Guck mal an hier Da geht's im Boden, leider Nein, nicht schon wieder Okay Oh, Wolle Spawn-Eier kann ich nicht gebrauchen Ich, ey, ich hab's jetzt richtig drauf im Moment Also ich schaff's immer, dass ich die Fallen einfach umgehe Oh, ich hab ein Lucky Sword Was, Lucky Sword? Ja, ein Lucky Sword Schärfe 1, Rückschuss 2, Plünderung 2, Haltbarkeit 1 Oh, ich bekomme nur Scheißdreck Okay, Hunde brauche ich nicht Nein Bob kommt zu dir, pass auf Was? Bob kommt zu dir Na Der chillt da hinten in der Ecke, der kam gerade richtig Was war das jetzt passiert? Drecksau Bist du wieder wegen mir gestorben? Nein, nein, nein Oh nein, oh nein Schiete Guck mal Lalaloo Ich bin unter Wasser What the fuck? Was hab ich gemacht? Äh Ich hab gerade Oh mein, ey guck mal her Ich seh dich gerade Die Lava bringt irgendwie nix Ne, ne, ne Ich hab gerade aus Versehen In der Äh In diesem Gefängnis Ein zweites Gefängnis gespawnt Ich komm What the fuck mach ich hier? Ich muss sterben Das muss ich mir jetzt mal angucken Alter, fuck Läuft bei dir? Ich kann hier nichts bauen Warte mal Vielleicht Kann ich mich rausbauen? Ne Schade Hast du ne Spitzhack oder so, dass du mich rausbauen kannst? Ne Spitzhack hab ich, ja Warte Egal, ich kill mich einfach Egal Ich Oh, leck das dort lange Guck mal hier Ich mach das schon auf Ja egal Jetzt hab ich eh nur noch ein halbes Herz Na gut Ah Nein, nicht schon wieder Ja, schon wieder, ne Ich lebe noch Ich lebe noch Ich auch Ich hab zum Glück nix abgezogen bekommen Pferde Und Hunde Okay, 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 okay Ich hab natürlich leider kein Holz Aber ich hab nen Sattel Ich hab genug Holz, Digga Alter, könnte vielleicht von uns Oh, nicht schon wieder Oh, Goldäpfel Gut Oh man Oh ja Lucky Potion Schön, schön Okay, hoffentlich kriegen die beiden nix da drüben Von Lucky Potions Das wäre nämlich super Dann hätten wir nämlich noch mehr Schaufen Ja, wenn sie einen Villager haben, haben sie den eh Wieso? Weil sie den kaufen, meinst du, ne? Ja, kann man kaufen Oh yeah, ich hab wieder Dings Oh, jetzt ist das hier Oh, Mama Cita, was los? Ich sterbe jetzt einfach Oh mein Gott Tot Au Ich lebe noch, what the fuck Oh ja, Bob, Bob, Bob Warte mal, ich versuche jetzt Bob zu töten Ja, kill den mal, kill den mal Weil durch Bob können wir eventuell sogar Rüstung bekommen, weißt du? Ja, ja Der hat jetzt übel Schaden bekommen durch TNT Das heißt, ich werde mir den Bob jetzt schnappen Bob, komm her, Bob Oh mein Gott Nein Bobbidi Bob Bobbidi Bob, komm Ich hab einen richtig guten Kampf bekommen, aber er ist in Lava gefallen Oh Mann, Scheiße Bob brennt, Bob brennt Ja, das ist schön, dass Bob brennt Ich bin tot Oh nein, jetzt ist Bob aber bei den Gegenden Mann, ey, Shit Ich krieg nur Scheiße Ich kriege wieder mal nur Bullshit Ja, ich glaub, ich glaub, das wird nix Au Ich zerleg hier die Gesamtbude Ja, hier ist nur Scheiß drin Oh yes OP-Trank Petra, ich hab den OP-Trank Jo, das ist gut, das ist gut Ja, ich versuche wirklich für uns ne Bob-Rüstung zu kriegen Weil denn derjenige, der am schlechtesten dann ausrüst ist, kann dann die Bob-Rüstung bekommen Oder irgendwas von Bob Wenn was wirklich von Bob Ja, ja, das ist sehr gut Ähm, hat er was gedroppt? Hat er was gedroppt? Brauche ich alles nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht Nee, er hat nix gedroppt Schade Power 2 Power 3 Punch 1 Punch 2 Oh, das brauche ich Nicht Das nicht, das nicht Brauche ich Ich hab nen Giant Gispa Und Das brauche ich nicht Blau Nuss, das ist gut, das ist ein geiler Wurftrank Oh, ich hab Level, ich hab Level Das heißt, Verzauberung, sag mir Bescheid, ne, wenn du was verzaubern willst Zack, zack Ja, ja, ich auch, ich auch, ich auch Achso, gut, okay, dann ist da Wie sieht's hier aus? Ich mach hier hinten jetzt ein Ding Ey, wir sind alte Menschen Ja, ja Und wir haben Katzen Ich mach hier hinten jetzt ein Crafting Table, ne? Ja Das Einzige, was ich mir machen kann, ist ein Dias-Schwert Was kann ich mir noch machen? Ähm Willst du dir nachher ein Pferd machen? Also nehmen? Ey, hast du noch Dias, die du nicht brauchst? Ich hab noch neun Stück, aber ich brauche halt auch noch Rüstung und so, ne? Ja, okay Ist okay, ist okay Blast Protection Unbre... Ach, das brauche ich nicht Ich hab immer noch ein paar Enderperlen auch noch Super Hey Ah Alter Junge, was ist los mit dir? Alter Alter, so viel Ah 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 Oh Unlucky Potion Unlucky Potion Unlucky Potion Geil, geil Ich glaube, ich hab den richtig Oh, leckig, ich hab den richtig Baba-Trank Ach, da ist die Werkbank Okay Ich hab keine... Ich hab keine... Oh, Mann Instant Health Speed Weakness Shit Warte mal, was hat ein normales Diaschwert? Ein normales Diaschwert hat doch bestimmt... Was für ein Angestrahlen hat das? Was? Was hat ein... Was für ein Angestrahlen hat ein normales Diaschwert? Keine Ahnung Ich glaub... Warte, sieben Sieben, ja gut, dann mach ich mir keins Weil mein anderes Ding hat zehn Über zehn Ah Bumms, egal Also, sagen wir denen, dass wir fertig sind Moment Oh mein Gott, was ist hier los, Mann? Alter Oh, die blöde Spinne, ne? Alter, ohne Witz Das Schwert geht ja richtig leer kaputt, was ich habe Oh Okay, ich wär fertig Ich... Ich noch nicht ganz, Moment Ich zieh mir... Willst du ein Pferd nehmen? Nee Pferd wär halt gut, ne? Hast du Pfeile? Nein, leider nicht Oh mein Gott, kommen die her Hier, außerhalb, ne? Alter Jugend Machen wir jetzt einmal noch Kill Brauchst du Goldäpfel, ein bisschen was? Ne, ne, ne Alles okay, aua Äh Äh Was soll ich denn mit dem Esel? Was ist das? Nee Nee Was soll ich denn mit dem Esel? Ey Ich glaub, die werden uns hart zerbumsen Alter, Latz Trank der Regeneration? Warum steht denn her? Ist das deiner? Das ist deiner? Ja, ich hab dir die gegeben Achso Ich hab mich schon gewundert gerade Hä? Alter Ich hab Weakness, die ich aber nicht werfen kann Mein Gott Ich hab nur ein paar gute Tränke Geh nicht in die Lava, du blöde Sau Go, go, go Schneller Oh mein Gott, man Okay, was kann ich noch machen? Nichts Renn doch nicht in die Lava Go Los geht's, man Wo sind die? Komm, 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 go Wir, wir, wir machen Yolo-Action, okay? Oh Da ist bye bye Wo ist denn Weiß? Oh, krieg ich ein Damage, Alter Weiß ist tot Bye bye ist tot Wow, haben wir so umgelatzt GG 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 Ey, ich hab einfach immer noch diese Poison und so komische verschwommene Sicht drauf, Alter. Hallo. Ey. Was für eine Strange hat das du, Alter? Ich hab ein Lucky Potion. Ja klar, aber mit welcher Strange drauf? Ähm. Drück mal E. Was hast du so für Effekte? Ich hab Nachtsehständigkeit 2, Eile, Stärke 4, Absorbation 4, Sprungkraft 2, Ja, Stärke 4, da hörst du es. Stärke 4. Und mein Schwert. Ich sehe einfach gar nichts. Wer hat mir diese komische Poison verschwommene Sicht? Das waren wir beide. Aber wir haben uns so gewundert, dass du nicht direkt gestorben bist, weil... Ja, deswegen, weil Instant Damage 3 war das eigentlich. Ja, ich hab auch noch Poison. Egal. Wer will Absage machen? Dann machen wir jetzt einfach das Verlierer-Team. Dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lass auf jeden Fall einen Kommentar und Bewertung da. Schaut bei den anderen vorbei und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Tschüss.